Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nathan hat recht Die Dinge liegen jetzt anders, Rafe ist involviert und ich kann, ich krieg das allein hin, ehrlich Super, tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten Entschuldigt mich Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war Die ganzen Jahre Tut mir leid, was dir zugestoßen ist Aber das ist nicht seine Schuld Das hab ich auch nie gesagt Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen Ich zwinge ihn nicht dazu, er wollte es Er ist für dieses Leben geschaffen Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen Ja Mach ich Okay Ich liebe dich auch Bis dann Ja, ich hab ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet Was ja auch stimmt Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe Naja Ich hab gehört Das Wetter soll in Schottland Um diese Jahreszeit ganz toll sein Tja Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört Sully Ja Hey, pass auf, wir können loslegen Okay, Kleiner Waldmannsheil Letzte Chance mitzukommen Ach, naja Wenn du keinen Aufzug für mich hast, pass ich lieber Okay, dann bis später Hey, Nate Ja Also Bring mir was Schönes, Glänzendes mit, ja? Das hab ich vor Gut Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Eine schottische Kathedrale Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen Das stimmt wohl Bei dem hohen Kopfgeld auf jeden Hat er sich hier versteckt Und, äh Was war zwischen Ray von dir? Ich kam nicht mit ihm klar Er hatte bestimmt auch genug von mir Ich musste deinen, äh Tod verarbeiten Und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand Naja Als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt Das ist ein Schatz nicht Nein! Nein! Das sollte halten. Oh, gute Idee. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorle? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Okay. Alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Wir haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen? Sofort. Ganz genau. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das wie ein Adel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorleinausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Na, wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Das war's für ein Punkt. Was denn da an, die Tür kämpelt? Oh, was denn dauerl? Oh, was denn dauerl? Oh, was denn dauerl? Die Tür ist bei dem Seinen, Nein, das war das wiederum. Oh, was denn dauerl? Haben Sie? Oh? Hey, damit können wir rausklettern. Bitte, nimm das Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Schorlein, verstecken! Wo sind unsere Jungs? Da sind sie. Ich habe sie hier! Los geht's! Ich habe dein Schweizer Halt. Ich habe sie hier! Nein, 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 nein! So, wir suchen den Bereich komplett ab. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ah, das hemst gewinnen! Was ist das? Gut gemacht. Hände weg! Danke. Ich hab noch ein für dich helfen. Gut gemacht. Okay. Gut gemacht. So sind die Böse enden können. Ja. Verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Gut gemacht. So los, auf geht's.